So, wir haben hier eins wieder Defender, vom Warehouse-Deal hier, von Amazon. Fangen wir jetzt mal aus. Geht mir das Dreh. Okay. Okay. So, so sieht's hier aus. Ich habe mir ja noch so ein bisschen. Na, ist es gar nicht. Das ist nur Mexiko. Hier so ein Beutel mit zwei Angeschlüsse. Das ist dann noch so kleiner. Wahrscheinlich hier hinten für die Brücke. Da sieht man hier auch den Finder da drauf. Ja, sieht mir nicht so gut. Ja, gut. So sieht's hier von vorne aus. Oh. Schon ein Stück ab. Oh, hier auch. Das ist ja übel. Finde hier nochmal. Ja, ein Transportschaden. Der ist auch ein Dom. Da hat's. Hier nochmal Mexiko. Findermechaniken. Davon ist auch hier eine schief. Sieht mir jetzt, glaube ich, schon zu gut. Schief montiert. Ach, jetzt wird er grad. Das kann man, dass das so einfach geht. Okay, hier so ein Stinktierstreifen. Ach, das ist natürlich. Das sieht man natürlich auch hier ganz gut. Besonderes. Der Halzenrass. Eben ist ein bisschen was. Nicht viel. So angetotzt. Ansonsten. Schwer zu sagen, dass ich die behalten soll. Alter, das ist schon der Hammer hier. Ja. Das ist also ganz übel. Schwer zu sagen. Oder? Schwer zu sagen. Ja. Ja. Musik. Ja, ansonsten... ...Olympic White, wie gesagt, Mexiko 2015, Transportschaden... Schade, schade! Gucken wir uns mal an, wie die klingt. Das ist schon ordentlich. Die Teele. Also, das war mal wieder von mir. Das war wieder ein Warehouse-Deal. Und, ähm, ja... Und da könnt ihr noch mal schauen. Ansonsten, ähm... Bis dann! Das war mal wieder von mir. Bis dann! 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 Bis dann!